Laut, laut. Ach Malte, was denn Philipp? Ich würd gern auch mal mit dir über gestern schmecken. Naja, kein Bock. Was ist denn los? Ich weiß genau warum. Dafür gesehen, wie du den Jonas die ganze Zeit anziehst. Nein, nein, nein. Warum musst du immer wieder davon anfangen? Ich weiß genau, dass der Jonas der beste und hotteste Abwehrspieler der Welt ist. Trotzdem musst du nicht immer so angrinsen. Und du? Du warst doch gestern in der Disco den ganzen Abend bei Tim und hast dich überhaupt nicht um mich gekümmert. Philipp, jetzt machen wir doch bitte von den Leuten hier keine Szene, ja? Das ist genau das, was ich meine. Mit Jonas kann man immer über sowas reden. Der hört einfach zu. Was soll das jetzt heißen? Ihr habt immer noch Kontakt. Ne, ne, nur mal gesinnt. Ja, du hast also Jonas' Nummer noch. Und ich sollte Tims Nummer damals löschen. Mensch, Walde, du weißt ja, du hast andere Qualitäten, ja. Du steck doch mal an unsere guten Zeiten. Ich kann mich kaum erinnern, Philipp. Du erinnerst dich nicht. Unser erster gemeiner Abend. Damals in Brasilien. Unser Lied. Unser Lied. Ja, Philipp, du hast recht. Wie konnte ich das vergessen? Okay. Okay. Okay, dann lass uns noch einmal singen. Damals. Atemlos. 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 Atemlos.